Hallo Leifleid Album Milch, hier bin ich der Vitexplorer. Für das Problem zu lesen, hier um Mars, habe ich mal einfach ein Query eingebaut, die da ziemlich im Gang das proper zu machen, wenn ich mich nicht hier ran. Ja, schon einfach konfiguriert, dass die ganze Cobblestone direkt an Drecks geschält. Haha, ist halt nicht praktisch. Aber in jedem Fall habe ich hier definitiv genug Zähn, Koffer, ein bisschen DASH nehmen wir vor und nicht ganz viel. Schlussendlich mal High Lion, brauchen wir für den Moment mal nicht. Und dann, gehen wir zurück. Ah, der Soundtrack von Fancy 15. Das wäre der beste Laufstrickritte, wenn ich gegen den Leviathan kämpfte. In diesem Fall müssen wir die Quäste erfüllen, ja. Ich kriege Medium, bla bla bla, auch nicht alles. Okay. Du Morden, können wir weiter auf den nächsten Punkt gehen. Find the Mars Dungeon. Wir müssen einen Creeper-Boss besiegen, du. Da habe ich mir ein neues Stil für Boss an dem Dungeon. Wir kriegen ein DASH-Schwert an der Feral-Herz, wo wir nicht benutzen können. Ja, die funktionieren nicht. Auf jeden Fall. Die Herzer, du. Die ich hier die ganze Zeit kriege. Was ist denn? Für was die Rezepte noch rein? Wo ist denn eigentlich, da geht es? Warte, ich mache das mal. Rezept wird noch da. Wahrscheinlich, finde ich, okay, auf hier drinnen. Äh, ich kann ja mal alles dran machen. In der anderen Seite, der Sturm hat immer gut eine Menge nicht. Ganz. Ich lege jetzt noch die andere hier rein. Und das ist auch cool zu sehen, dass wir noch im Zinn holen, weil der da selbst ein bisschen knapp ging. An der Leichter, ne? Okay. Wir hatten jetzt viel geholt, das kann ja eben ein bisschen absammelt sein, man. Wir wollen gucken, wie wir an den Digital Miner kommen. Voila. Für den Digital Miner. Daka. Brauchen wir eben einen Basic-Control-Circuit oder einen Elektronik-Circuit. Ich mag den Elektronik-Circuit, das am einfachsten zu machen. Äh, was ist das? Isolated Cable mit ein Eisenplug-Redstone. Okay. Kann man gucken, ob wir das mal holen. Also ich brauche mal Kofferkabeln. Okay. Die müsste man am Anfang da noch schneiden. Gucken wir mal, ob wir nicht direkt da holen. Ne. Okay. An dem Fall gucken wir mal die Alternative dazu. Das ist mit dem geringen Zipi da. Das ist einfach just Osmium-Redstone an. Kann sein, dass wir so hier noch holen. Ja. Basic-Control-Humor. Nice. Okay. Den Einten hast du gecheckt. Gut. Weil ich werde meinen, im Moment, die Duo ist schon gemäht. Robit. Wer baut den Robits? So muss ich find Obsidian. Oh. Alles frei verdammt viel. Wir machen Eno-Mahnerin. Ganz einfach. Äh. Das heißt mit Compressed Obsidian. Wir müssen eine W-Fahrnein. Obsidian einfach hier zu stellen. Am Anfang. Können wir Obsidian mit den Blumen hier stellen? Gehen nicht Obsidian kehren. Es geht Obsidian kehren. Super. Die werden am letzten Tier sehen. Mal nicht. Okay. Da werden wir das mal machen. Ich hoffe ein schöner bisschen Obsidian hier dran. Schüsse pulverisiert dann. Ähm. Hm. Oh. Da muss man was sicher gehen. Da machen wir das. Guck mal. Schüsse. Ob wir heute vielleicht ein Ema-Wasser schon haben. Das ist schon mal sein. Verirschend vorher. Ob der Oberflasch. Ein Lava pfütze. Ob der Karp. Müsse mal. Relativ einfach fahren an. Was lebt mit meiner Musik? Egalisch. Ne. Ich weiß echt nicht was mit meiner Musik lebt. Äh. Du hast ein Backend. Ah ne. Das tut mir das am Funge Query Backend. Die will ich nicht. Das ist nur ein Lava Floss. Weil ich kein Quälder von sich hin. Ja. Kann kein Quälder von sich hin. Weil das ist nur noch ein Lava Floss. Du mal. Eine Lava pfütze. Echter. Das wird mir bereichen. Müsse mal wie Lava fanden. Und das hat gemerkt. Überall das. Welisch. 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 Sehr interessant. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Aus. 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 alles. Wollen wir mal die Zahnbierwäsche. Ich schaffe gerne so, mit Lava irgendwo. Ich meine, falls es am... Man, ich habe das Fenster schon mal geguckt und dann die Methode schon gesehen, die ich benutze. Ich putze den am Vongrunderem. Boah, ich brauche heute nicht mehr ein Feierstecker, eigentlich. Vielleicht muss ich mal nicht so stark aufpassen. Ehm, dass das werde ich werden. Klar, wir sind immer direkt drinnen. Was ist das? Ah, Silikon. Wollen wir nicht vermuten, weil das Neue, was die Alte oft findet. Genauso wie das Don. Resonate auf. Von denen auch nicht oft. Mir ist ja immer benutzbar. Okay. Der Teil da ist natürlich ein Stückchen. Aber in diesem Fall, alles müsste das Klappe neben dem mit dem Motz, wo wir hier sitzen. Gleich müssen wir alles Meistern. Ja, das fand ich gut. Ich weiß natürlich, wo hinzustellen. Ja, komm mal. Du, 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 du. Du, 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 du. Le Metall. Du, 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 du. Ja, wer immer. Wasser, du musst den aufgeben. Nicht gut, oder? Sorry, mir das muss gesund gehen. Es ist in der Meinung, das muss gemeldet gehen. Okay, das sollte ich jetzt nicht. Wir können mal ran. Genau. Voilà. Hihihi. Okay. Das bringt euch aber einen zweiten Blick. Wir brauchen da ein paar Stück. Das war es, ne? Wir brauchen auch nicht viel mehr Sammeln wie Feuersteck. Das geht runter. Du drinnen wird Lava sein. Gut, das ist gut. Und das bringt euch auch eine Feuer. Da können wir es auch schon direkt verpassen. Im Moment. Okay, ne. 2 Salz, 2 Salz, 2 Lischus Salz. Ich habe es nicht so viel Feuer gesehen. Die Feuerwehr ist auch immer interessant, weil man doch besser keine Shiny-Metal kreieren kann. Ah ja, ich habe schon eine Talte gebaut. Man muss nicht überall am größten laufen. Wow, was ist denn da geschieht? Ja, bringt mich einfach direkt da hin. Seht du. Schwer, ne? Okay, laut, dass wir die Talte haben, brauchen wir da Kruz. Wir brauchen just ein. Wir brauchen dafür eine ganze Reihe Ars, ja. Wir brauchen einen Stone. Alles Ars, wir machen mal Kruz, ja. Ja. Wir brauchen schon sehr viel Ars, wir holen wir da. Oh nein, da ist der Koffer. Ich habe es gesehen, mir gesehen, nicht mit mir. Ich werde nur ganz viel benutzt tun. Ah nein, du hast es da, aber 200. Nein, wir sind nicht da dran. Das ist direkt hergezogen. Okay, auf jeden Fall. Ich hatte ja gesagt, dass wir den Nouveau auch wählen, dass wir unser Schwert verbessern. Ich meine, wir müssen genug tun. Ich meine schon. Weil wir nur noch plus 22 Blicke leihen. Aber okay, alle, kommen wir das heute mal. Obsidian, da brauchen wir Minisius Seeds. Da sind sie. Und Obsidian Kern, okay. Ja, du wirst du nicht mal alles mit denen pflanzen, ja. Ziemlich. Ja, da ist auch nichts schlechtes drin. Und... Äh, nein, die Kere brauche ich zwar. Dann check mal, schau mal, was wir löschen. Naja, ta. Aber du lebst gerne an Felder, ne? Ich könnte mein Kunais verstärken, einfach. Das tut mir relativ schwer. Ach, warum hast du so viel Limestone bei dir, Kollege? Ist da gesammelt? Ach, warum? Also mir und hier normalerweise, was ist hier? Aluminium, Gold, Eisen und Redstone. Redstone können wir Pause stellen, im Englisch, ne? Im Englisch ganz. Stellen wir heute noch Platz. Müssen wir rausfahren, wo wirst Redstone? Ai, okay. Okay, also das wird am Redstone gehen. Ja, das wird am Redstone gehen. Das ist schon eine Vache, aber wir haben ja Obsidian. Okay. Ich will eine Pauwache, loh. Wo ist denn das Ei? Okay, ich finde, die Heiden alle gewascht, so dass Obsidian seinen Platz kann holen. Das müssen wir automatisch laufen. Ich hoffe, das läuft automatisch aufschüttet. Ich hoffe, das ist der Planzeit. Ich will jetzt gucken, dass es sich automatisch verbrät. Weil das ist ein Deal gehäert, wirklich, dem Kerl, den er in dem Slot leidt. Ich lebe mit dem wieder. Ja, Planzt, wie es nicht weiter ist. Ich cheate, Lohmelein, was dauert es halt. Wie sieht er, ich kann auch cheaten. Uh. Okay. Das wird geärnst. Das wird gepflanzt. Nee, Planzt wird wahrscheinlich keine neue Kerl gehen von Lohia. Müssen wir weitermachen, ne? Wir müssen aufschütteln, vor allem die erste Obsidian-Essenz. Äh, eine andere Sache. Wie benutzt denn den? Acht Stück. Acht Stück? Acht Stück. Haha. Okay, das ist nice. Äh, Unbreaking. Unbreaking zwei, Unbreaking drei. Ja, und das tun. Okay. Acht Stück. Immerhin. Also, von den Gessenzen können die noch acht Black Obsidian. Wäre das ganz okay. Können Sie nicht, dass es nicht gut wie es verdreht? Wissen, ob das denn da gehen ist. Ah, Diamanten. Nee, ich muss mich auch rüberkaufen. Ich will einfach nur sehen, dass eine zweite Kerl dabei entsteht. Und dass die in den Runden einfach gepflanzt wird. Und das geschieht, dann muss ich dann auf demselben laufen. Dafür holen wir hier die Farming-Stations. Ich will nur sicher gehen, dass das klappt. Weil sonst würde ich vielleicht besser einfach nur ein extra... Da haben wir keinen Kerl, ne? Ja, die seht man. No Seeds. Ob die nähen. Nee, das ist nicht unbedingt richtig. Ich brauche los, ne Mal. Ich will einfach nur leben, dass es klappt. Ich bin der Fall. Wer ist der letzte Mann für den Digital Miner? Ich will das jetzt mal weg. Ich will die Kerl noch mal weg. Wasser braucht man nicht mehr. Zwei Sensen, okay. Ich glaube, dass nicht vielleicht ein Kerl rausgeplatzt ist. Nee. Das ist ein Flüssig, die bald fertig ist. Du weißt, den Hei. Boah. Das ist natürlich, wenn ich da noch brauche. Weil ich meine Flüssig, wie es dir auch Hei ist. Oder auch nicht. Für der Fall war die Idee, dass man zukehren muss man machen. Ich nehme mal zurück hier auf den Digital Miner.